Nennen kommt von Name. Das kann man im Althochdeutschen noch sehr gut erkennen. Hier in der Tatian-Übersetzung einer Evangelien-Harmonie. Inti din quena Elisabeth gebird dir Sun, inti nennest du Sinan namun Johannem. Also, und deine Frau Elisabeth gebiert dir einen Sohn und nennst du seinen Namen Johannes. Ja, das ist hier wegen der lateinischen Vorlage ein bisschen komisch formuliert. Nennest du gibt nämlich Vokabes wieder und Sinan namun steht für Nomen Eius. Noch besser sieht man die Abstammung von Name, aber im verwandten Gotischen. Dort heißt nennen nämlich Namnian. Und anders als im Deutschen löst das J hier auch keinen Umlaut von A zu E aus. Als gemeinsame urgermanische Vorgängerform kann man übrigens Namnian rekonstruieren. Aber wie auch immer, neben der assimilierten, also lautlich angeglichenen Form Nennen, finden wir bis ins Früh-Neuhochdeutsche noch die alte Form Nennen. Daneben aber auch Nennen, in der sich also das M durchgesetzt hat. Wie hier bei Till Eulenspiegel in einem Druck aus dem Jahr 1515. Till Eulenspiegel sollte hier gerade einem Esel das Lesen und Schreiben beibringen und prallt nach einer erfolgten Unterrichtseinheit nun. So habe ich mit großem Fleiß und Arbeit dazu getont, dass er etlich Buchstaben und sonderlich etlich Vokal kannt und Nennen kann. Nennen, Nennen, Nennen kann der Esel nämlich die Vokale I und A.